hallo liebe leute grüßt euch erstmal möchte ich mich bedanken bei euch für die vielen positiven privatnachrichten grüße gehen raus auf jeden fall in die schweiz zu maiki also bis nach kalifornien rumänien deutschland heute verschlägt es mich nach stuttgart und zwar besuchen wir die young generation die young guns also trifft heute die old school auf new school mal gucken was passiert ich fahre jetzt Richtung stuttgart check this out so leute wir sind jetzt in stuttgart möhringen angekommen zu meiner rechten seite seht ihr wenn du mal was hinzufügen wenn ihr irgendwann mal in möhringen seid stuttgart möhringen ist ein freund von mir der hat eine dönerladen regenbogendöner da muss ich auf jeden fall hingehen das ist die ls superklasse von den ganzen döner und das ist der besitzer ahmet old school people in the house crazy united heute gehen ja hey was gehabt leute wie bei gary hier repräsentieren die streetlife crew in stuttgart ich bin ben ich komme ursprünglich aus tübingen jetzt trainier ich in stuttgart alles und so jetzt Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank an euch Jungs, das war echt fresh. Danke euch fürs Zuschauen und bis demnächst. Peace. What would I do if I could reach inside of me and to know how it feels to say I like what I see. I see.